Musik Mein Name ist Klaus Klaffenböck. Ich möchte dich herzlich begrüßen. Wir haben bisher Einheiten gehabt. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann vom Neuen geboren. Dann, wie kann ich leben, eins und zwei. Und heilt Gott heute noch, eins und zwei. Und heute haben wir das Thema, vergib, dann wird auch dir vergeben. Als ich mit diesem Thema begonnen habe, vor vielen, vielen Jahren, hat mich eine Stelle besonders herausgeführt. Und es steht im Matthäusevangelium, da trat Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Das war schon eine gewaltige Herausforderung damals. Ich habe noch sehr viel Unversöhnlichkeit in mir gehabt und über das möchte ich heute sprechen. Und auch über ein paar Beispiele. Aber zuerst möchte ich ein Lied singen. Ein Lied, das uns eigentlich zeigt, dass Gott durch Jesus möchte, dass wir wirklich nicht nur befreit werden, sondern richtig erlöst werden. Ich bin erlöst durch das Lammesblut. Ich bin erlöst und ich weiß es gut. Ich bin erlöst durch das Lammesblut. Frei von Sünde, ich weiß es gut. Alle Sünde nahm mir auf sich, preis den Herrn. Ja, das war eine gewaltige Herausforderung für mich. Ich habe damals vor 33 Jahren, als ich meine Firma verloren habe und sehr viel Wut in mir hatte, habe ich Träume gehabt, wo ich mit einer Machete durch die Bankinstitute gelaufen bin und irgendwelchen Direktoren die Bäuche aufschlitzen wollte. Ich bin dann über diese Träume sehr erschrocken. Aber Gott hat mir eines gezeigt. Klaus, du hast in Wirklichkeit nicht wirklich vergeben. Wenn ich jemanden frage, der Jesus in sein Herz aufgenommen hat und der sich jetzt Bekehrt nennt und ich sage zu ihm, hast du wirklich allen vergeben? Wie gehst du mit dieser oder mit dieser Person, wenn ich weiß, um wem sie sich handelt? Dann sagen viele, eigentlich sind mir die egal. Auf österreichisch gut gesagt, das ist mir wurscht. Also das sind mir egal. Aber so meint es Jesus nicht. Bei Jesus geht es einen Schritt weiter. Und er sagt dann an einer Stelle, dir wird vergeben werden, wenn du vergibst. Gott vergibt uns und gibt uns dann die Fähigkeit, auch den anderen zu vergeben und uns mit denen auch zu versöhnen. Es gibt Menschen, die die Versöhnung nicht annehmen. Aber ich muss bereit sein und ich muss soweit sein. Vergebung ist ein heikles Thema. Und ich habe einmal in Moskau von meinem Freund den Auftrag bekommen, bei seiner Bibelrunde, das sind so ungefähr 50 Leute gewesen, über Vergebung zu sprechen. Eine ganze Woche. War keine leichte Aufgabe. Und wie ich mich vorbereitet habe, hat Gott plötzlich bei mir zu wirken begonnen. Ich musste auf einmal fürchterlich weinen und Gott zeigte mir Dinge auf, aus meinem Leben, von Lehrern, von meinen Eltern, von Freunden, sogenannten Freunden, von Klassenkameraden, von vielen Leuten im Beruf, die auch mich gemobbt haben und die mich beleidigt haben und die mich verletzt haben. Und er fragte mich wirklich, hast du ihnen schon vergeben? Und ich kann mich erinnern, das war, ich musste so laut weinen, dass in meinem Hotelzimmer oder in diesem Zimmer, in dem ich damals geschlafen habe, die Leute an die Tür gepumpert haben, weil sie gedacht haben, da geschieht irgendwas Besonderes da drinnen. Ich werde umgebracht oder irgendwas. Aber nach diesen zwei Stunden fast, hat Gott Dinge aufgezeigt, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich war in einem Kinderheim, also Kleine, von bis circa zwei Jahren alt. Und ich habe sogar das Bild von mir gehabt, wie ich meiner Mutter nachgeschrien habe, weil sie mich verlassen musste, weil sie arbeiten gehen musste. Und ich bin im Kinderheim zurückgeblieben allein. Sogar das hat mir Gott aufgezeigt, dass ich meiner Mutter vergeben muss, der eigentlich gedacht hat, der muss ich nie was vergeben. Das war eine wunderbare Mutter. Aber damals konnte sie nicht anders. Aber ich möchte eine ganz besondere Geschichte erzählen von einem jungen Mädchen, das genau damals bei diesem sogenannten Vergebungsseminar als erstes herausgekommen ist und gesagt hat, sie möchte Befreiung haben. Wir haben sie dann gefragt, was los ist und haben einen Sessel aufgestellt und sie hat dann erzählt, sie ist als junges Mädchen von klein auf von ihrem eigenen Vater vergewaltigt worden. Aber dem war nicht genug. Er hat sie nicht nur missbraucht, sondern hat auch ihre gesamte Kleidung, sogar ihre Unterwäsche verkauft, weil er schwerer Alkoholiker war, um sich Geld zu beschaffen. Und erst mit 14 Jahren ist das Mädchen dann von zu Hause weg auf die Straße gegangen, hat ihren Vater verlassen, aber ihr Hass war derartig groß, dass sie immer in ihrer Tasche ein Messer gehabt hat, wenn sie ihren Vater trifft, dass sie ihn dann niedersticht. Sie wurde dann aufgelesen auf der Straße von meinem Freund, der hat sie dann später zu seiner Sekretärin gemacht, aber sie war nicht frei. Und an diesem Abend ist etwas Besonderes geschehen. Ein alter Mann, der mit in der Runde war, der hat sich derartig über das Mädchen erbarmt, der hat sich seinen Sessel genommen, hat sich vor sie hingesetzt und hat gesagt, er übernimmt jetzt die Rolle von ihrem Vater. Er hat geweint und hat dann zu ihr gesprochen, hat sie mit Vornamen angesprochen und hat dann gesagt, bitte vergib mir, was ich dir angetan habe. und das Mädchen hat gesagt zuerst, ich kann nicht vergeben, ich kann nicht vergeben. Aber dann hat doch der Heilige Geist gewirkt bei ihr und plötzlich hat sie zu weinen begonnen und dann hat sie zwar stotternd herausgesprochen, Vater, ich möchte dir wirklich vom ganzen Herzen vergeben. Und als sie das ausgesprochen gehabt hat, war sie befreit. Wir sind dann mit der Metro nach Hause gefahren, von diesem Lokal, wo die Veranstaltung war und da war sie mit in dieser Metro und hat mir dann so eine kleine Schokolade geschenkt und diese Schokolade habe ich dann mit Genuss gegessen, weil ich gewusst habe, da ist etwas Besonderes geschehen und habe wirklich Jesus gedankt dafür, dass er dieses Mädchen befreit hat. Sie hat dann später geheiratet und ich habe sie noch einige Male getroffen, im Büro natürlich dort auch und sie war tatsächlich befreit. Sie hat übrigens die Hände hier voller Narben gehabt, wie sie immer versucht hat, das Mädchen sich das Leben zu nehmen und sich die Pulsadern aufzuschneiden. Die Narben haben gezeigt, in welcher Not dieses kleine Mädchen einmal war. Sie war übrigens eine sehr hübsche Frau und groß gewachsen und wir waren eigentlich begeistert nachher, wie sie sich entwickelt hat. Auch mein Freund, bei dem sie immer noch Sekretärin war. Sie ist dann weggegangen, wie sie geheiratet hat. Viele Menschen, die sich Christen nennen, beten gerne das Vaterunser. Jesus hat in dieses Vaterunser nur ein einziges Gebot hineingegeben und das lautet und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. das ist der Schlüssel für die Befreiung. Ich brauche gar nicht mehr sagen, ich brauche nur sagen, geh in dich und überlege einmal, ob du dir selbst vergeben hast, ob du auch Gott vergeben hast, weil er manches in deinem Leben zugelassen hat. Das ist auch ein interessanter Punkt. Und ob du den anderen vergeben hast und ob du wirklich Versöhnung anstrebst, ob dein Herz schon so frei ist. Sonst bitte wirklich den Heiligen Geist, dass er dir die Befreiung schenkt, dass du wirklich vom ganzen Herzen vergeben kannst. Genau denen, die dir am meisten zusetzen. Dann kann Gott an dieser Situation etwas ändern, weil Unversöhnlichkeit ist auch eine Bindung, eine Fesselung. Das merkt man sehr oft, dass Menschen sich lieben, sie möchten gerne miteinander gut auskommen, aber sobald sie besammelt sind, innerhalb kürzester Zeit, streiten sie und es fliegen sozusagen die Fetzen. Warum? Weil sie noch immer aneinander gebunden sind durch Unversöhnlichkeit. Weil keiner von ihnen bisher den Schritt getan hat und wirklich einmal Gott gebeten hat, dass er fähig ist, dem anderen wirklich vom ganzen Herzen zu vergeben. Da sind wir nämlich verpflichtet dazu. Das geschieht nicht automatisch bei der Bekehrung. Ich singe jetzt noch ein Lied und dann werden wir gemeinsam wieder beten. Du bist Gottes Weg, für die Welt gabst du dein Leben hin. Du bist Gottes Lamm, nahmst die Sünden aller Welt auf dich. Du bist hier und wir beten dich an, denn du hast uns erlöst, hast uns vom Tod befreit, durch deine Wunden sind wir heil. Denn du hast uns erlöst, hast uns vom Tod befreit, durch deine Wunden sind wir heil. Ich möchte jetzt beten und ich bitte dich, dass du ganz in dich hineingehst und schaust, wo hast du eine Unversöhnlichkeit, dass du den Heiligen Geist bittest, zeig mir, zeig mir den Weg, wie ich wirklich mich versöhnen kann. mit den Eltern, Eltern mit den Kindern, mit dem Vater, mit der Mutter, mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann. Es gibt so viele Dinge, wo Versöhnung notwendig ist. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Versöhnung in die Welt zu bringen, um die Welt mit dir zu versöhnen. Und ich danke dir, dass du uns den Weg gezeigt hast. Du bist der, der letztlich vergibt, der unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. Und die Sünde der Unversöhnlichkeit ist eine große Sünde, wir wissen es. Und ich danke dir, dass du jetzt Menschen befreien möchtest, jetzt in diesem Augenblick, die noch in einer tiefen Unversöhnlichkeit verharren. Zeig ihnen den Weg auf und gib ihnen ein neues Herz her und setz sie frei zur Vergebung. Amen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,